Ja, meine Damen und Herren, noch schwitzen 5 Stände Deluxe, weil wir Backstage einen riesen Sauna aufgebaut haben. Das war auf ihrer Setlist, auf ihrem Rider. Wahnsinnig! Ihr geht auf Tour im November, Dezember. Und so einen Rider habe ich wirklich noch nie gesehen. Ich kenne wirklich, ich kenne Rider, Twix, Mars, alles. Warum die Sauna, warum diese große finnische Sauna jetzt Backstage? Was soll das? Ja, man muss durchhalten, ne? Wenn man da hier unten, dann ist das... Heute Abend 5 Stände Deluxe, live im Neo Magazin Royale. Das Publikum ist jetzt schon begeistert. Schauen Sie mal, oder hören Sie mal. Frisch saumiert. Tollen Aufguss. Welchen Aufguss am liebsten? Flash-Aufguss. Das ist euer neues Album. Das Album heißt, Achtung, Flash! Das Album heißt Flash. Es gibt es in drei verschiedenen Varianten. Ich dachte mir, weil wir im Internet normalerweise immer nur dumm herumreden. Die Menschen haben da nichts von. Dass wir vielleicht heute so ein kleines, so etwas Positives machen, dass wir diese drei, tollen Pakete an drei glückliche Zuschauer persönlich verteilen. Wäre das was, womit ihr euch anfreunden könnt? Auf vielen Fall. Könnten wir dazu vielleicht ein bisschen Musik haben? Vielleicht spielt doch einfach mal das Instrumental von der aktuellen Single von 5 Sterne Deluxe. Die heißt Davon. Die gibt es uns heute Abend zusammen mit dem Rundfunk Tanzorchester. Und dabei sehen Sie nun, wie 5 Sterne Deluxe drei Zuschauer im Neo Magazin Royale Studio, im Studio König in Ehrenfeld, richtig glücklich machen. Vielleicht jeder eins. Wo? Luis, Tobi, sucht euch einfach jemanden aus. Und warum? Ja, wer wird es sein? Tobi, für die Vinyl habe ich jemanden. Tobi, für die Vinyl habe ich jemanden. Wer wird der Glückliche sein? Es gibt einige, die winken schon. Luis hat sich für die rechte Seite entschieden. Da sitzen natürlich Zuschauer, die gucken depressiv. Die können ein Album vom 5 Sterne Deluxe gut gebrauchen. Tobi ist auf der linken Seite. Und Bo, der Mann mit der Menschenkenntnis. Da ist die erste Zuschauerin. Sie hat violette Haare. Gratulation. In der letzten Reihe. Super. Letzte Reihe. Das Album in Vinyl und die große 5 Sterne Deluxe Geschenkbox. Wer bekommt die? Einen Mann? Eine Frau? Irgendwas dazwischen. Wer wird es sein? Großen Applaus! Und auch noch ein Küstchen von Bo. Ist das schön. Das ist dieses neue positive Fernsehen. Das ist dieses neue positive Fernsehen. Dieser ganze Zynismus der 90er Jahre. Alles weg. Jetzt wird es positiv im Fernsehen. Auch 5 Sterne Deluxe. Tolle Gefühle. Flash! Flash! Absolut. Das ist die reine Attitude. Das ist Flash. Ihr geht wieder auf Tour im November, Dezember. Live young, die old. 17 Jahre lang nicht unterwegs gewesen. Muss man sich da irgendwie besonders vorbereiten? Ja, ist ja jetzt nicht so, dass wir nichts gemacht hätten, ne? Tobi ist ja jedes Wochenende mit Mumbootika unterwegs. Und er hat alle große Brutzelbuden geholt. Ich habe ja auch ein paar Sachen released. Ich bin erst 17. Wir freuen uns auf Tour zu sein. Wir sind ja auch eine Live-Macht, also von daher. Ja, aber Konzerte können natürlich schief gehen. Also wir werden es beim ersten Konzert rausfinden, was passiert. Gibt es irgend so ein Konzert in der langen Geschichte von 5 Sterne Deluxe, an das ihr euch immer noch mit Schrecken zurückerinnert? Weil es schrecklich war. Ah, oh ja. Naja, mit Schrecken, ja, ja. Doch. Das war eine harte Erfahrung auf jeden Fall. Was denn? Das war ein Raum voller Hass eigentlich für uns. Ja. 7000 Menschen voller Hass. Ja. Wann war das? Es war so eine Art Vorbereitungsshow für die Festivaltour mit einer neuen Show. Und wir durften bei den Ärzten in Düsseldorf im Vorprogramm auch reden. Also auf persönlichen Wunsch von den Ärzten. In ihrer Heimatstadt Düsseldorf. Aber das wusste natürlich... Die Leute im Publikum wussten ja nicht. Die Leute wussten nicht, dass wir das machen, weil es halt eben nicht angekündigt werden darf. Und sie haben uns vom ersten Moment an gehasst. Also es haben sich sofort 3500 Leute mit dem Rücken zu uns hingedreht. Einer hat sich die Hose runtergezogen mit dem Rücken zu uns. Beide Mittelfinger so. Und sie haben während der ganzen Show geschrien. Ärzte! 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 Irgendwann haben sich dann alle kollektiv hingesetzt. Das war schön. Aber nach so einer Show, wenn man das übersteht, dann gibt es nichts mehr, was einen shoppen kann. Also das war eine... Wir bedanken uns für diese Feuerprobe. Dankeschön. Es geht nichts mehr. Und von hier aus kann es nur noch bergauf gehen. Heute Abend im Neo Magazin Royal 2015 Mediathek. 22 Uhr ungefähr 35, je nachdem wie lange Oli Welke braucht. Dann im ZDF Neo und morgen um 3 Uhr nachts. Für die Älteren, die nachts mal raus müssen im ZDF Hauptprogramm. Fünf Sterne Deluxe. Fantastisches Publikum. Tolle Sendung. Bis nachher. Tschö. Hashtag der Woche. Disposito. Bis dann. varies. Von Wirolam checkkonen. Bole vermösen. Auf UKIP hier.